Hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Sprawlopolis, ein Spiel aus der Buttonshy-Reihe bei Frosted Games auf Deutsch erschienen. Hier steht als reines Solospiel, aber wenn man auf die Rückseite schaut, da gibt es tatsächlich noch inklusive einer 2-4 Spieler-Variante. Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich hatte es in meiner Top-10-Liste auf den Rang Nummer 7 gewertet. Die 10 war Under Falling Skies, habe ich euch ein Video zugemacht. Die 9 war Hunted Kobayashi Tower, auch dazu gab es jetzt nochmal ein Video. Die Nummer 8 war Wildes Weltall, auch das gab es als Video. Und jetzt kommt Sprawlopolis als Let's Play Video. Schauen wir uns in Ruhe an. Ich hatte im Top-10-Video, was ich bei Ben auf Brettspielblog gemeinsam mit ihm veröffentlicht habe, Link wieder oben in der Ecke, auch erwähnt, 18 Karten, mehr braucht es nicht zum Glück. Bei diesem Spiel sind tatsächlich nicht nur die 18 Karten des Grundspiels dabei und eine Wertungshilfe und auf der Rückseite eine Karte mit Errungenschaften, die man bei einem gewonnenen Spiel ankreuzen darf, sondern da sind auch im wahrsten Sinne des Wortes Erweiterungen tatsächlich dabei und die bestehen aus Karten. Eine Karte ist die Erweiterung mit den Sehenswürdigkeiten, eine weitere Karte seht ihr vielleicht der Godzilla. Auch da gibt es einen speziellen Job. Und dann gibt es vier Karten mit Baustellen, das ist die Baustellenerweiterung. Also haben wir drei Erweiterungen in sechs Karten, eins, eins und vier. Um die soll es heute aber nicht gehen. Gucken wir uns vielleicht gleich noch mal näher an, aber wir gucken uns heute das Grundspiel an. Die Anleitung auf einem Faltzettel, relativ übersichtlich, sehr einfach. Es ist ja auch kein kompliziertes Spiel. Wir haben 18 Karten und jede Karte ist ein sogenannter Stadtteil, der aus vier Zonen besteht. Unterschiedlicher Farbe, das eine sind Parks, das grüne, das orangefarbene sind Wohnviertel, das blaue sind Gewerbegebiete und das graue sind Industriegebiete. Und jede Karte hat genau diese vier Zonen als Abbildung und dadurch eventuell eine oder zwei Straßen, die dabei sind. Und das reicht auch schon, um daraus ein schickes Solospiel zu machen. Wir nehmen uns nämlich drei Karten und decken die auf. Das heißt, das hier ist eigentlich die Vorderseite, aber auf der Rückseite stehen Aufträge. Und diese Aufträge sind jetzt die, die wir mit den anderen 15 Karten erfüllen müssen. Wir haben uns einmal hier den Auftrag Betonwüste gezogen. Jede Industriezone gibt einen Stern, wenn sie über Eck an ein oder mehrere andere Industriezonen angrenzt. Nur über eine Kante angrenzende Zonen zählen dabei nicht. Und hier ist ein Wertungsbeispiel abgebildet. Das heißt, das ist eine Aufgabe, wenn wir Industriezonen haben, sie möglichst über Eck an andere Industriezonen anzulegen. Dann haben wir Außenbezirke. Da gibt es einen Stern für jede Straße, die nicht am Stadtrand endet. Das heißt, auch hier sind Beispiele abgebildet und es gibt einen Stern Strafe für Straßen, die am Stadtrand enden. Also auch darauf müssen wir achten, auf die Lage unserer Straßen. Und dann haben wir den Wochenmarkt. Jede Gewerbezone zwei Sterne, wenn sie mit genau zwei Kanten an Wohnzonen grenzt und eine Straße direkt durch alle drei Zonen führt. Auch hier zwei Wertungsbeispiele. Das sind unsere drei Aufträge. Und unser Job ist es jetzt, genau die Summe dieser Punkte, also in diesem Falle 21, zu übertreffen. Also mit unserer Stadt, die wir auslegen, alle diese Punktewertungen zu berücksichtigen. Und dann noch die grundsätzlichen Punktewertungen, die wir bekommen, erzähle ich euch dann gleich. Da geht es nämlich dann um die größten zusammenhängenden Gebiete und die Straßen, die wir wieder abziehen davon. Das heißt, wir haben hier mehrere Basiswerte oder zwei Basiswertungen, nämlich die Gebiete und die Straßen. Und Moment, habe ich das richtig gesagt? Genau, das sind die Gebiete und die Straßen. Die größten Gebiete werden gewertet und kriegen jeweils Punkte. Und die Straßen werden gewertet und werden davon abgezogen für jede Straße. Und das Ganze geht so los, dass wir eine Startkarte bekommen, drei Karten auf der Hand haben und einen Nachsichtstapel. Jedes Mal, wenn wir eine Karte aus unserer Hand gespielt haben, ziehen wir eine Karte nach und legen wieder eine Karte aus. Was können wir auslegen? Wir müssen anbauen. Wir dürfen nur horizontal bauen und wir dürfen Karten nur anbauen, indem wir Kante an Kante legen. Mindestens eine Zone muss dabei komplett angrenzen. Also so oder so geht. Wir dürfen auch so anlegen. Natürlich auch auf der langen Seite. Auch da überschneidend. Und wir dürfen auch überbauen. Wir dürfen auch komplett überbauen. Also theoretisch könnte eine Stadt aus einem Stapel von 15 Karten bestehen. Drei liegen ja schon. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja die ganzen Aufträge erfüllen. Also achten wir drauf. Wir gucken uns das mal an. Wir haben drei verschiedene Karten. Und schauen mal, was wir haben. Wir haben die Betonwüste. Industriegebiete sollten Eck an Eck liegen. Wir haben die Außenbezirke. Straßen sollten nicht am Stadtrand enden. Und wir haben den Wochenmarkt. Da sollten Gewerbegebiete jeweils mit zwei Kanten an Wohngebiete angrenzen. Hier haben wir ein Gewerbegebiet und Wohngebiet angrenzend. Wenn wir das so legen, hätte dieses Wohngebiet schon solch eine Wertung erfüllt. Das wären schon zwei Sternchen. Dann machen wir das mal so. Und neue Karten ziehen. So. Was hindert uns daran? Das Ganze hier weiterzulegen. Auch dieses Wohngebiet grenzt an zwei mit zwei Kanten. Und dieses Gewerbegebiet grenzt mit zwei Kanten an Wohngebieten. Und eine Straße führt durch alle drei. Neue Karten. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir das Industriegebiet zum Beispiel so anlegen und über Eck auf dieses Industriegebiet gehen. Und auf jenes. Das ist auch nicht schlecht, die Position. Aber wir schauen mal, ob wir vielleicht eine bessere Lage finden. So. Ist auch nicht gut. Legen wir das doch mal so an. Mal gucken, was rauskommt. Jetzt hätten wir zum Beispiel etwas für unsere Betonwüste getan hier. Aber da haben wir neue Straßen, für die wir Punkte abgezogen bekommen. Dann schauen wir weiter. Außenbezirke. Die Straßen dürfen nicht am Stadtrand enden. Das haben wir hier. Haben wir dann noch ein Wohngebiet. Dieses Wohngebiet führt noch durch, da führt die Straße durch zu einem benachbarten Gewerbegebiet. Das müssen wir uns irgendwie warm halten. Das hier würde nicht gut gewertet werden für den Wochenmarkt. Sondern erst das hier, wenn da wieder ein Wohngebiet dran käme. Aber das haben wir. Also legen wir die Karte hier hin. Legen wir den Nachziehstapel hier oben hin. Ich glaube, dass wir nach oben nicht weiter bauen werden. Mal schauen. Also das kann sehr unterschiedlich geformt werden, das Ganze. Dann sollten wir dafür sorgen, dass hier jetzt noch ein Wohngebiet dran kommt. Das hätten wir hier. Das würde dann so liegen. Wäre eine Idee. Wir könnten aber auch einfach mal schauen, was haben wir denn hier noch an. Das legen wir mal hin. Dieses Wohngebiet und dieses Gewerbegebiet sind auch durch eine Straße verbunden. Auch hier müsst ihr jetzt wieder ein Wohngebiet mit Straße angrenzen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, kriegen wir. Da haben wir es. Das sieht auch gut aus. Und dann ziehen wir wieder eine Karte nach. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Diese Straße endet am Stadtrand. Diese auch. Und hier die. Ich darf ja auch überbauen. Kann ich das irgendwo sinnvoll tun? Das Industriegebiet würde nicht gewertet. Die beiden würden gewertet für die Betonwüste. Dann brauchen wir noch ein bisschen was. Das legen wir hier hin. Oder passen wir das hier an. Das könnte was werden. Wir gucken mal, ob wir vielleicht dieses Industriegebiet so überbauen. Dann haben wir nämlich wieder ein Gewerbegebiet, das an zwei Wohngebiete mit Durchführung der Straße angrenzt. Und hier haben wir ein Industriegebiet. Aber auch wieder. Spannend. Ein Gewerbegebiet. Das an zwei Wohngebiete mit Durchführung der Straße. Ich glaube, da können wir ein paar Punkte machen. Wir müssen nur schauen, wie sich die anderen Aufträge gegenseitig beeinflussen. Wir dürfen übrigens auch Lücken in unserer Stadt haben. Das ist also kein Drama, wenn wir da Mut zur Lücke beweisen. Was haben wir denn noch Schönes hier? Das legen wir mal an. Dieses Industriegebiet sorgt für Übereckwertungen im Bereich der Betonwüste. Und gleichzeitig beendet das unsere Straße, die ja nicht am Stadtrand endet. Das tut sie dann aber jetzt hier. Wir müssen also schauen, dass wir da noch ein bisschen was machen für unsere Straßen. Das ist nicht gut. Tja, das mit den Straßen, mit den Außenbezirken, da werden wir wahrscheinlich auch Punkte verlieren. Wir müssen gucken. Das ist eine schwierige Geschichte. Wo können wir denn noch ein paar Punkte machen? Ist das richtig so? Nein, da sind wieder eine Straße mehr, die am Stadtrand endet. Das würde so auch funktionieren. So ist glaube ich besser. Jetzt legen wir schon die letzte Karte auf die Hand. Wir haben jetzt also noch drei Züge. Ihr seht, das ist gar nicht so langwierig das Ganze. Man grübelt ein bisschen. Jetzt muss ich... Tja, wo haben wir denn noch eine Möglichkeit Gewerbe und Wohngebiete miteinander zu verbinden? Könnten wir vielleicht hier noch tun? Jawohl. Und dann könnten wir hier noch irgendwo Industriegebiete anlegen. Das bringt nichts. Das auch nicht. Dann werden wir... Wie legen wir es jetzt? Wie legen wir es jetzt? Ich möchte die Straßen möglichst abschließen, damit sie eben nicht als außenbezirksendende Straße gewertet werden. Aber da sind natürlich sehr viele offen. Das ist immer das Problem bei diesem Spiel, dass man mit den Straßen auch viele Punkte verliert. Gleichzeitig muss ich natürlich jetzt auch sorgen, dass die Industriegebiete halbwegs passend noch gelegt werden. Das bringt auch nichts. Das ist eine komplette neue Straße, die wieder Sterne kostet. Also Punkte. Was ist, wenn ich das hier hier hinlege? Nein, dann wird das... Dann wird das Wohngebiet nicht gewertet. Und dafür würde dieses Wohngebiet gewertet, weil laut der Wochenmarktkarte nur Wohngebiete gewertet werden, die mit genau zwei Kanten... Nur Gewerbegebiete, die mit genau zwei Kanten an Wohngebiete angrenzen. Und das tun dann beide nicht. Das ist nicht gut. Vielleicht legen wir das hier hin und müssen dann... Nein, dann führt die Straße zwar da durch, aber das Wohngebiet kriegen wir da nicht angrenzend gelegt. Nicht schön. Das auch nicht. Das ist nicht gut. Wir dürfen übrigens nicht unterbauen, ganz wichtig. Wir dürfen nicht drunter schieben, sondern nur überbauen. Das ist relativ beliebig. Aber irgendwie passt es jetzt gerade nicht. Was haben wir denn hier noch? Das passt dann auch nicht. Ich versuche gerade Straßenanschlüsse zu bekommen. Industriegebiete, über Eck, über Eck. Das hier hängt noch so ein bisschen einsam in der Gegend, aber da wird hier das Gewerbegebiet gewertet. Ich könnte noch dieses Industriegebiet... Das ist aber nur eine einfache Wertung. ...und kostet mich gleichzeitig Sterne wegen der Straße. Ach, das ist alles nicht so... Wir legen das mal hier an. Und dann müssen wir noch dafür sorgen, dass wir hier irgendwie das Industriegebiet... Das kriegen wir aber nicht mehr in die Ecke. Wir können vielleicht das Industriegebiet hier anlegen. So rum. Und dann das hier da anlegen. Naja, wir werden sehen. Wir lassen es einfach mal so liegen und schauen uns mal die Wertungen an. So, fertig. Wir haben also jetzt nach Übersicht erstmal unsere drei Aufträge zu bewerten. Gucken wir uns an. Die Betonwüste. Ein Stern für jedes Industriegebiet, wenn Sie über Eck an ein oder mehrere andere Industriezonen angrenzen. Nur über Kante zählt dabei nicht. Also, für das kriegen wir dann einen Stern. Für das auch sind zwei, drei, vier. Für das hier nicht. Für das hier wieder fünf und sechs. Für das nicht. Aber sieben, acht und neun. Neun Punkte. Hier haben wir sogar neun Punkte auch geholt. Sehr gut. Dann gucken wir uns die Außenbezirke an. Straßen, die nicht am Stadtrand enden, ein Punkt. Und Straßen, die am Stadtrand enden, minus ein Punkt. Die hier endet am Stadtrand. Minus eins. Minus zwei. Minus drei. Jedes ist einer. Sind also minus zwei. Das ist noch einer. Sind minus einer. Die hier ist auch ein Punkt. Sind also null. Minus eins. Minus eins. Minus zwei. Dann minus drei. Minus vier. Minus fünf. Minus sechs. Minus sechs Punkte. Wir waren bei neun. Minus sechs sind drei Punkte. Und jetzt haben wir den Wochenmarkt. Gewerbezonen, die mit genau zwei Kanten an Wohnzonen angrenzen. Wo auch eine Straße durchführt. Das ist hier nicht der Fall. Hier nicht. Aber hier sind zwei. Nein, nein. Vier. Sechs. Acht. Zehn. Zwölf Punkte. Und drei sind fünfzehn Punkte. So. 15 Punkte haben wir jetzt in der Summe aus unseren Aufträgen gemacht. Dann werten wir die größten jeweiligen zusammenhängenden Gebiete. Und die bekommen, wir gucken in die Anleitung, für jede Zone einen Punkt. So. Das größte. Der größte Park ist der hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Wo waren wir jetzt? Wir waren bei fünfzehn Punkten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte sind zwanzig Punkte. Dann das größte Industriegebiet sind die drei hier, sind 23 Punkte. Das größte Wohngebiet sind zwei, sind also 25 Punkte. Das größte Gewerbegebiet ist nur eins, sind 26 Punkte. Ja, blaue Zonen haben wir immer nur einmal liegen. Das sind 26 Punkte. Und jetzt müssen wir noch abziehen. Jede Straße kostet uns noch einen Punkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Punkte. Von den 26 Punkten abziehen sind 14 Punkte. 14 Punkte haben wir. Wir hätten erreichen müssen 21. Haben also mit minus 7 sozusagen verloren. Ja, das ist eine Runde des Proalopolis. So schnell geht das. Keine 20 Minuten, Viertelstündchen. Ein Solospiel, was gar nicht so einfach zu gewinnen ist, denn die Aufträge variieren. Auf jeder Rückseite von einer Karte sind diverse Aufträge drauf. Und da die von 1 bis 18 durchnummeriert sind, kann man sich vorstellen, der Worst Case ist, wenn man die drei teuersten Aufträge erfüllen muss. Suchen wir die mal raus, 18, 17 und 16. Die längste Zeile und längste Spalte pro Zone werden bewertet oder werden einmal gewertet über die Anzahl der Zonen. Die Touristenfalle für jedes Gewerbegebiet mit mindestens zwei Kanten am Stadtrand gäbe Gäbe es zwei Sterne und für Gewerbegebiet mit einer Kante am Stadtrand einen Stern. Und den Pendlerverkehr jede Straße, wenn sie durch mindestens ein Gewerbe und ein Wohngebiet führt, würde sie auch nochmal zwei Straßen. Also das sind durchaus schwierige Aufträge, die man erfüllen kann und dann braucht man auch ganz viele Punkte. Wobei der hier ist relativ einfach, indem man möglichst wenig überbaut, bekommt man auf sehr große Flächen. Ja, ihr seht die Kombination von 18 Aufträgen immer jeweils zu dritt. Das gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die man erfüllen kann. Die Straßen, wenn man die jetzt mitwertet, dann verliert man halt viele Punkte. Das habt ihr eben gerade gesehen. Gehen ganz schnell zwölf Punkte weg und schon ist man hinter der Gewinnzone, hinter der Punktehürde und verliert das Spiel. Man kann es einfacher werten. Das gibt es hier als Variante, wenn man sagt, man wertet es einfacher, dass man keine Punkte für Straßen verliert. Dann hätten wir gewonnen. Aber in der normalen Wertung haben wir halt verloren in unserem Spiel gerade. Ja, dann schauen wir uns nochmal kurz die Erweiterung an. Da haben wir einmal die Sehenswürdigkeiten. Das ist eine doppelseitige Karte. Die wird am Anfang hingelegt und die Startkarte muss zwei Zonen überbauen. Was also übrig bleibt, ist eine Sehenswürdigkeitszone. Das ist hier ein Kraftwerk, da ein Stadion, hier ein Irrgarten und hier ein Palast, irgendein größeres, schönes Gebäude in einem Wohngebiet. Und diese Sehenswürdigkeit, die gibt dann Punkte, wenn man entsprechend eine gleiche Zone anbaut. Also ein Wohngebiet, ein Park, ein Gewerbegebiet oder ein Industriegebiet. Also wenn man vier Industriegebiete hier drum herum baut, kriegt man auch vier Punkte. Das heißt, diese Sehenswürdigkeit kann maximal vier Punkte geben. Dann gibt es die Erweiterung mit dem Gorilla, den haben wir hier. Der wird nach dem Spielaufbau untergemischt unter den Stapel und sobald die auftaucht, diese Karte auf dem Nachziehstapel, muss man die sofort bauen. Und dann werden in der Spalte und in der Zeile Gewerbezonen gewertet entsprechend. Und wenn es gar keine Gewerbezonen in der Spalte und Zeile von Godzilla gibt, dann bekommt man drei Sterne. Aber sobald es Gewerbezonen irgendwo in einer Spalte oder Zeile von Godzilla gibt, verliert man zwei Sterne. Und zwar für jede Gewerbezone, die es dort gibt. Also eine sehr teure Karte. Man muss dann darauf achten, dass es nirgendwo anders in dieser Spalte und Zeile Gewerbezonen gibt, um die Gefahr abzuwerten. Also Godzilla geht auf Gewerbegebiete. Und dann haben wir vier Karten für die Baustellenerweiterung. Die ist etwas komplizierter. Da gibt es nämlich einen Baustellenauftrag, der als vierter Auftrag dazukommt und entsprechende Auftragsdetails und Strafen verkündet, die dann während des Spiels gewertet werden bzw. ganz am Schluss natürlich. Und Baustellen sollte man anschließend auch überbauen. Also hier gibt es auf jeder Karte in einem Wohngebiet, in einem Industriegebiet, in einem Gewerbegebiet und in einem Park Baustellen. Das heißt, wir haben also vier Baustellenkarten. Und die sollten am Ende überbaut sein, denn sonst gibt es entsprechende Strafen, wie auf der Herausforderung dann jeweils vermerkt. Das kann also auch nochmal Minuspunkte kosten. Das sind also drei witzige kleine Erweiterungen. Eine Karte, eine Karte und vier Karten, die man noch dazu nehmen kann. Zu dem Grundspiel von Sprolopolis. Ein Spieler, also eigentlich ein reines Solospiel. Tatsächlich steht in der deutschen Anleitung auch beschrieben, eine Zwei- bis Vier-Spieler-Variante. Die ist dann kooperativ. Der eine Spieler bekommt drei Karten, alle anderen Spieler bekommen jeweils nur eine Karte. Der Spieler, der dran ist, spielt seine Karte aus und gibt die zwei anderen Karten weiter an den nächsten Spieler und zieht eine Karte nach. Das heißt, man reicht praktisch einen Teil der Karten weiter rum, wie in einem Drafting. Aber es ist ja kein Drafting. Und das darf man dann auch gemeinsam diskutieren, was man legt. Man spielt immer an einer gemeinsamen Stadt. Man baut also gegen die gleichen Aufträge und darf das Ganze dann gemeinsam versuchen zu lösen, dieses Rätsel. So, das war es schon gewesen. Achso, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Bei einem Gewinn, bei einem Sieg, gibt es auf der Rückseite Errungenschaften, die man dann ankreuzen darf. Je nachdem, wie man seine Stadt gebaut hatte. Aber da wir gerade verloren haben, haben wir uns um die Errungenschaften gar nicht gekümmert. Denn dann hätte man irgendwo es hier ankreuzen können. Und das ist dann etwas für den nachhaltigen Spielspaß sozusagen zu versuchen, all diese Herausforderungen zu lösen. Und je mehr man schon gelöst hat, desto kniffliger wird es natürlich, genau auf die anderen hinzuspielen. So, das war es schon gewesen. So viel zu einer Runde Sprawlopolis. Ich hoffe, ich habe keine großen Regelfehler gemacht. Wenn ja, unter die Kommentare. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel falsch gespielt. Wenn ja, ab damit in die Kommentare mit kleinen Tipps, was ich hätte besser spielen können. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo. Und ich werde als nächstes dann zu meinem Top-Spiel Nummer, was waren wir jetzt? Das ist Nummer 7. Also zu Nummer 6 werden wir dann als nächstes kommen. Und das müsste, wenn ich mich recht entsinne, Black Sonata sein. Das kommt dann beim nächsten Video als Let's Play. Und ich werde jetzt auch eine Playlist zusammenstellen mit meiner Top-10. Die werden dann nach und nach mit den nächsten Videos dann weiter wachsen. Jetzt, wo wir dann mit diesem hier 10, 9, 8 und 7, also 4 Videos haben, wird dann die Playlist auch veröffentlicht werden. Dann werde ich das reintun. Und dann habt ihr da alle meine Top-10-Solo-Spiele in einer langen Playlist für euch als Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus. Zitig. 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 Zitig.